hallo meine lieben freunde da sind wir wieder bei arc 2 will evolved und ich habe eine verdorsten bei der ballquero map natürlich nur und wir haben unser schönes gewächshaus fertig fast 80 80 geht noch irgendwann ist er vielleicht hier weg hier ist leider im see nix drin und ich habe gedacht hier wäre vielleicht noch kristall drin oder sowas aber haben wir leider nix von aber da hinten sehe ich was ich war eben kurz hin laufen ach nee das nur so ein pull molding ist da ist er unis jetzt verhungert er auch noch so ok also muss auf jeden fall eine eine mauer her weil es ist es nimmt langsam überhand muss ich sagen was habe ich jetzt mal gesammelt daher die ja genau ich weiß jetzt weiß ich wieder wir stehen so wiederum gucken ob das hoch genug geht was ist gar nicht ob das reicht ein solster oben dran gehen bitte gehen nach oben dran nicht verarschen muss nach darum gucken damit er da oben dran geht ist klar so wie ich das wollte perfekt so hallo ja warum da ich wollte eigentlich ein bisschen tief haben ach so geht es auch oder so ist der wird das hat ja also mache ich zwei davon und einmal so hier bin ich schon ein paar zu viele gebaut aber ist jetzt auch nicht so schlimm so direkt beim kabel natürlich sehr sicher 600 600 600 600 600 alle sind voll perfekt die nicht wieso ist er nicht bewässert der ist dann wohl ein bisschen zu weit weg der auch nicht dann muss ich da noch ein zwischen bauen oder eher gesagt ersetzen wir waren mal ich hab doch hier so jetzt super jetzt brauchen wir die dinge mal in den schrank rein diverses wo ist eigentlich mein flitzebogen ich habe kein schimmer keine ahnung so hatte ich noch irgendwas gebaut hatte ich irgendwas hier noch vor hier ja ähm von jeden vier 2 2 2 2 2 2 4 8 16 18 20 22 24 28 äh 28 aber ich habe nicht mehr annähernds ich habe 20 nur äh und dann nehme ich die alle weg hier die kriegen wir auch erstmal so die mache ich dann später wenn wir alle Dinge fertig haben soo soo da soo ich läuft doch super die weg da so perfekt läuft die ersten pflanzen sind gesetzt da bin ich mal gespannt war ihr stand wie ein flitzebogen so was habe ich ja noch in der tisch nichts mehr alles klar kaffeechen käffchen nuckeln und dann bin ich auch wieder da für euch so sieht doch recht karg aus nicht muss ja noch hier drin ein bisschen umbauen da das war ich aber bei zeiten müsste mich jetzt eigentlich noch mal an den ans hier an die mauer setzen haben wir das wird echt ein heiden arbeit momentan weiß ich nicht wie groß die werden soll und ich brauche mehr stein viel 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 mehr stein ich werde ihn auch irgendwie bis zum wasser runter damit ich nicht immer durch so eine tür muss also bis zum wasser runter und dann muss ja noch weiter links und rechts noch könnt eigentlich bis dahin machen rüber das wird so viel das wird so groß sage ich euch das mache ich aber wahrscheinlich fange ich erst in der nächsten folge an ich bin gerade auch am gucken moment ich bin ich habe gerade so eine leichte idee so ein halbes rohr wenn natürlich geile es gab es damals ein halbes metallrohr war das von von hg ich weiß jetzt gar nicht mehr ne das ist flexibel das ist natürlich blöd ich meine irgendwo gab es das ne das ist ja nur hier strom das brauche ich ja nicht so katscha harald liegt mir mal paar eier ich brauche schwarze perlen aber zackig hier da treu ich sie sieht ja schon fantastisch aus von außen zumindest das sieht von außen auch schon mal schick aus ich weiß ich bin nicht zufrieden mit denen mit den wasser und ja das ist das das geht nicht muss anders gemacht werden da bin ich echt und ich muss mal eben kurz mit elli daran hängt auch wieder irgendwie dazwischen so aufheben metall wasser tab da kann ich die nämlich aufheben auch das ist sehr schön nur die nicht oh ah toll da muss ich erstmal die wasserlinge da weg machen die einzelnen hier habe ich da schon ok so jetzt kommen wir aber gleich zu dem problemen denn man kann die den wasserspender da nicht aufheben aber da habe ich ja was ja super danke ich muss noch ein wasserrohr brauche ich noch eventuell wasserrohr brauche ich noch nicht aufheben und dann 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 hat alles funktioniert ich wollte super du musst den andersrum hinstellen hier den den ja hallo so so ist perfekt hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe wir haben wir brauchen wir auch so fünf stück hatten wir hier von und acht stück davon was ich mache erst mal einen hier so ich habe hier drin so sei bewässert jawohl super hat geklappt nein verdammt so ein kreuzchen finde ich noch ein kreuzchen dann brauche ich glaube ich noch mehr von denen hier so sieht's perfekt aus richtig ein richtiges ding ist hier ne so gut strom haben wir da drüben auch das heißt ich kann also auch ding ist dahin bauen kühlschränke eben was machen ich habe hier gerade was gefunden was hier nicht hingehört ich meine es damit bei mir auf dem schreibtisch ne weg damit so dann haben wir das facebook mal sagen dann haben wir das hallo dann haben wir das gewächshaus hier eigentlich fertig bis auf das licht das da noch rein muss und kühlschränke ne kühlschränke ich hätte da hinten noch eine reihe freilassen sollen für die kühlschränke fällt mir gerade mal so ein hier die reihe freilassen ne oder ich setze hier einfach einen hin und das reicht oder zwei nebeneinander zwei nebeneinander das ist doch das ist doch gut warte mal gatscha hast du mal wieder ein ei gelegt nein da muss man doch zack sein die sind die verbleiben die hauen schnell weg die dinge sind schnell weg in der gatsch haben wir kackt ähm was wollte ich jetzt ach ja zwei äh kühlschränke ach den habe ich auch noch gar nicht gebaut so das stimmt ja das stimmt das stimmt nicht ja wie hieß das ding aber was ich bauen wollte der schrank der war hier glaube ich da oder war da oben ok war oben zwei stück bitte elektronik 20 elektronik für die brauchen wir auch noch eigentlich dingens naja das war ich alles noch erstmal muss das hier zwei ich wollte eigentlich nur eine so damit wir ganz fertig werden mit der glashaus das war die lampe super und dann gucken ob der strom bis hierhin reicht ich sag's euch wie angegossen sauber monster menschliche fakali mal reingeschmissen was man ist alles in der tasche hat so ach guck mal ein chip bohrern roter den will ich haben so ja ja er ist ja fast schon soweit weil ich damit auch nicht viel zu vergräumen nämlich die bestehe da wo wie süß guckt euch den an wie nenne ich den da kommt ihr könnt wieder den namen aussuchen ja ist ja gut so der kommt ihr erst mal auf die schulter das hat ein schnuckliger oder der warnt mich jetzt vor unwetter und also was wir jetzt zwar hier nicht haben aber ist ja wunderschön das kleine ding ist so schick so jörg ist auch gewicht alle haben level up ich habe handwerkliches geschickt auch der naja also schaden ihr bewegungsgeschwindigkeit braucht ja schon mal nicht mehr ich kann schauen mein freund chris schnelligkeit genauso wie du du bekommst auch so ein bisschen alles klar ich habe die vergessen da drüben unser rexie in tisch tisch rexie ach den ollie da oben ihr habt den ollie vergessen da oben sieht man den auf dem haus sitzen der arme aber der kann da erstmal sitzen bleiben da sind nämlich sicher und ich glaube ich fange mal langsam an mit der mit der mauer zu bauen weil dann kann ich nämlich erst von hier hinten anfangen und hier unten das noch mal zu machen mit einem kleinen türchen dann bis darum ja ich muss auch noch so groß machen dass ich da 22 wie heißt jetzt dinge reinbauen kann so einmal das wird jetzt arbeit das wird richtig richtig arbeit und wie viel kann ich davon bauen 200 das wird was ich kann schon mal in der zeit wo sei denn jetzt stein holen mit stein brauchen wir viel dass das steht schon mal fest je mehr stein desto besser wie blöd dass er nicht so viel tragen kann der arme aber wir sind schon wieder am ende ich werde mal weiter tackeln hier und wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann euer obra tschau tschau